Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wir haben dann vor drei Jahren die Kershers getroffen, wir haben uns diese Ruine gezeigt, da haben wir uns ungefähr eine halbe Stunde angeschaut und haben gesagt, da machen wir was draus. Wir wurden uns relativ sicher, dass wir hier im Wohntheater sinnliche Wohnungen, das in München fehlt, Haptik erleben, überraschen und sicherlich auch mal mit einer Frechzeit inszenieren können. Wir begrüßen euch jetzt dazu und hoffen, dass es gefällt euch. Ich freue mich, stellvertretend für die vielen, die zu diesem Erfolg beigetragen haben, symbolisch das Beste, was die Firma Kale zu bieten hat, auf die Bühne dritten. Das hilft unser Team, unsere Leute. Ich kann nur sagen, danke für dieses Team, das größte Geschenk, das mein Leben haben kann, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 3 Applaus 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 Applaus